Ja, mein Name ist Tom Holm und ich bin hier als Fraktionsvorsitzender für FDP und ich bin jedes Jahr für diese Jugendkonferenz. Aber eigentlich bin ich auch hier, weil ich war Schulleiter die letzten 30 Jahre in Oxford, in München und hier in Karlsruhe für die Europäische Schule. Und ich habe einen großen Respekt für die Ideen, die junge Menschen so nicht nur impulsiv, aber wirklich durchgedacht hier präsentieren. Und ich kann auch sagen, dass wir im Gemeinderat, wir hören wirklich, was hier in Jugendkonferenz gesagt wird. Und jedes Jahr sind ganz viele Ideen, die wir dann auch durchführen. Also ich freue mich über diese Konferenz, sowohl als Politiker als auch als Schulleiter.